Der Träger des Propheten des Bedauers hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zuschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur den Propheten der Gnade und seinem Weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. Drei Propheten hier reichen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Das dürfte dann der Gebieter sein, von dem gerade gesprochen wurde. Wahrscheinlich. Ja, die beiden Pfade kreuzen sich ja, glaube ich, noch. Oh, na. Warte. So. Das ist der Nächste. Auch vorne. Komm her. Granate. Die sehen aber auch Fans hier auch, die siehst du doch auf drei Kilometer Entfernung, ey. Granaten? Ne, die, äh, die, die, die Elitenwächter hier. Ach so, ja. Noch bunter ging's ja nicht, ey. Ach doch, noch so ein bisschen Babyblau mit rein. Alles, alles. Ne, kunterbunt Regenbogenfarben. Oh, hier geht's raus. Frischluft. Oh. Was war hier noch ein Hologram? Ach so. Na gut. Oh man, was hast du hier? Spiel mit den Käfern. Und den Eliten? Mit wem spielst du mit? Wer spielt mit denen? Ich spiel gerade mit gar nichts, weil ich hab Auer. Jedes Mitglied der Allianz soll den Fach beschreiben. Keiner wird zurückkehren. Große Reise. So lautet. Menschen, Kinder, strecken der Programm bis mal. Ja, jetzt. Gut. Hohen Karton. Große Reise. So mein Schlipper ist leer. Wer hat auf mich geschossen? Machst du das? Der war das. Der war das. Das ist meine letzte Tour. Das ist fast alles. Bist du da reingelaufen? Fast. Ich hab's ja noch rechtzeitig gesehen. Schreien Sie Bescheid, wenn ich sie holen soll. Schreien. Ich hab vergessen Bescheid zu sagen. Oha. Schreien Sie Bescheid, wenn ich sie holen soll. Bescheid. Bescheid. Hol mich. Put me up. Soll ich da jetzt reinspringen oder was ist dein Plan? Lemminge. Nein, nimm mich mit. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keine Sniper. Hey Lemming. Danke. Okay, ich sehe jetzt, wie es ist. Ich war einfach zu gut. Was? Alter, du bist gerade angekommen. Was bist du für ein abgehobenes Stück? Ich dachte, die hat's alle auf Reach erwischt. Ich sehe es, wie es ist. Ich war einfach zu gut. Weiß ich nehme ihm die Waffe weg. Und das ist seine Aussage. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich bin sprachlos. Ja, ein bisschen. Ja, sprachlos. Wie geht's hier weiter? Er hat noch eine Weile gebraucht zum Umfallen. Was war das? Jetzt sind wir dran, Mann. Pupupiu. 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 So. Ich hab mich gerade geschubst. Nein. Für den gibt es sechs Punkte. Oh, ich bin hier runter. Oh, hast du einen Zaubertrag oder was? Entschuldigung. Oh, wegen dem hat er angeflogen kommt. Ach so. Nochmal schon. Ich bin in Gefahr. So, weg mit dir. Ach, unser Lemming-Döl ist ja natürlich wieder voll in meine Plasma-Granate reinmarschiert. Oh, ein Idiot. Oh, Leute. Oh, nee. Schneidbar-Time, schneidbar-Time. Oh, hörst du diese Ruhe? Mhm. Den Wort haben wir jetzt immer noch nicht gekriegt, ne? Nee, immer noch nicht. Die schickt uns die ganze Zeit nur Lemming-D, die uns vollquatschen. Ja, ehrlich. Echt. Das ist auch eine Zumutung hier mit der UNSC. Echt. Aber wir sind für doch einer der letzten Spartans, die es noch gibt. Also damit wollen die uns jetzt, wollen die uns loswerden? Wollen die das für überlaufen zur Allianz? Ja. Anscheinend ja schon. Oh, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin am Ziel. Okay. Ach. Wieder rumgondeln? Ja. Wollen wir fahren? Ja, dann fahren wir doch. Weiter geht's. Wir fahren. Wie läuft's? Wie läuft's? Ganz gut, wir kommen jetzt zum Haupttempel. Bin ich gar nix an. War das der Nebentempel, oder was? Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Oh, hi. Komm, da fliegt was auf uns zu. Ich weiß. Ich bin schon vorbereitet. Hör. Oh. Hinter uns fliegt auch was? Ja. Tschau. Au. Oh. Das war nicht clever. Was ist passiert? Da hab ich aus Versehen die Fähre erwischt beim Schießen. Toll. Du hast uns also gerade einfach umgebracht, ja? Ich hab uns gerade sowas von gesprengt, ja. Danke. Gerne. Oh, leck das Spiel, ey. Ah. Oh. Das ist die unglückliche Lösung mit der Bazooka, ja. Du musst den Trigger ganz leicht durchziehen und dann, wenn er Ziel erfasst hat, musst du ganz durchziehen. Ja, das kann ich immer sehr gut. Ja, ich hab dann mal ausgelassen. Ja, ich bin dann down. Du darfst das jetzt klären. Würde ich sagen. Ach, ja. Warum springst du denn in meinen Schutz rein? Das weiß ich auch nicht. Ich kann's halt einfach. Wo ist die Bazooka? Weißt du, ich schieß gerade hier oben. Ach da. Wie, ist die leer? Na, toll, die ist leer. Ja. Wir haben's gleich geschafft. Und ich hab keine Granaten mehr. Wieso hab ich keine Granaten mehr? Das find ich jetzt aber unpraktisch. So, der Teil läuft doch irgendwie nicht ganz rund, ne? Du könntest sagen, wir tun uns hier heute so ein bisschen schwer. Ja. Ey. Ich bin noch nicht fertig, damit auf euch zu schießen. Ich hab da was getriggert. Toll. Hast du ganz toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ach, du heiliges Blech. Die größte, die man je gesehen hat. Ihr habt ja wohl ein Dachschaden. Ich bin noch gar nicht so weit. Ach, jetzt müssen wir da noch reinrushen. Na, toll. Ach, ich war gerade dabei. Ich bin durchzusnipern. Und du rush davor. Findest du das okay? Ja. So ein bisschen. Ich nicht. Das ist auch so eine Reaktionszeit wie ein Toter Lemming, ne? Ja. Ne, nicht du. Der kleinen Toter Lemming hier. Achso. Hier liegen, hier liegen, hier liegen. Zwei Grammarten. Du hast ja was am Fuß. Achso. Da kommt ein großer. Zwei große. Oh, oh. Wieso bin ich jetzt tot? Wahrscheinlich hat der Ehrengardist mich gemessert. Na gut, okay. Gemessert. Ich will mein Messer. Ich will... Ich... Ah, okay. Hi. Ich nehm sein Messer. Ich nehm sein Messer. Jetzt ist ich aber auch noch gut. Ich war noch gar nicht so weit. Köpfe unten halten. Für Kopf. Kopfschuss hast du gekriegt, Freund Blase. Köpfe unten halten. Wir müssen aufhören, den Sand in die Köpfe zu stecken. Genau. Hier sind noch mehr Granaten, falls du noch welche brauchst. Hier. Immer, immer, immer. Ja, damit du noch Platz hast. Und da noch welche. Für Granaten habe ich immer Platz. Im Zweifel schmeißt du welche, damit du welche mitnehmen kannst, ne? Ja. Oh. Boing. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ich rennen. Zwei hintereinander. Ich rennen. Genau, Freund. Ich rennen, genau. Kann ich den Großen da schießen? Der Dämon muss starten. Ja, kann ich. Der Dämon muss starten. Der Dämon muss starten. Das ist das Ziel. Wohlt ihn euch. Du hältst ganz schön viel aus, mein Freund. Sind meine Wachen zu viel für Sie? Für Sie? Du magst es, meine Predigt zu stören. Sag mal. Au. Ich lieg mal wieder. Ich hab ihn dir hingelegt. Autsch. Wo ist der Große in seinem Rollstuhl jetzt? Wie hast du mich genannt? Das soll der größte Krieger der Menschen sein. Ey, froh, dass ich keine Munition mehr hab. Warum portest du jetzt? Sag mal. Fährst du jetzt mal um, ey? Da kommt ein Großer auf mich zu. Ich häng fest. La la la. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Au. Was ist jetzt schon wieder? Oh. Hinterrücks abgestochen. Ich hab gerade gesagt, der kommt. Ja. Ich hab ihn nicht schnell genug gesehen. Gebiet nicht sicher. Ah, jetzt ist es sicher. Stümper. Ich töte es selbst. Stümper. Down. Wann. Sein Thron ist abgeschirmt. Er lenkt alles ab, was sie ihm entgegenwerfen. Nähe heran und geben sie ihr Bestes. Na toll. Deine reine Existenz beleidigt dich, der Dämon. Brech. Na komm, na komm, na komm. Schießt doch. Tüdelö. Knüdelö. Da ran und alles drauf. Warum jemand Angst vor diesem Dämon hat, ist mir ein Rätsel. Warum bist du denn jetzt so? Sind meine Wachen zu viel für sie? Ne, nicht die Wachen, aber dein blödes Schutzschild, du Feigling. Mann, immer doof hier. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Huhuhu. Sag mal. Was hältst du aus? Das ist schon wieder der feige Hund. Oh Mann, was für ein stressiger Boss. Ein bisschen, ne? Mhm. Geht's auf. Bist du schon wieder weggeportet, du Feigling? Wo bist du hingeportet? Da drüben. Da kommt wieder ein großer. In deine Richtung. Okay. Warum jemand Angst vor diesem Dämon hat, ist mir ein Rätsel. Holen Sie ihn aus diesem Thron. Ja, irgendwie, ne? Boah, der ist schon wieder weggeportet. Feiger Hund. Oh, da kommt schon wieder ein großer. Der große ist down. Oh, oh, ich bin auch down. Hab vom Boss einen abgekriegt. Ich leb wieder. Ja, hab ich mitgekriegt. Du drückst mich erlebigt. Wunderbar. Wissen, ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Ja. Wahrscheinlich wieder unten irgendwo. Der feige Hund. Sind meine Wachen zu viel für Sie? Nein. Deine Wachen sind mir nicht zu viel. Das hab ich dir jetzt aber auch schon bestimmt fünfmal gesagt. Ist ja schon wieder weggeportet. Granate! Ui! Ja. Hab ich mitgekriegt. Hing an mir. Schnell, entern Sie seinen Thron. Da wurde es gegenseitig umgebracht, ja. Oh, ich zuck noch. Entern Sie seinem Thron. Er sitzt aber auf seinem Thron. Mal gut, dass wir zwischendurch einen Kontrollpunkt hatten. Und wieder weggeportet. Wie kann man denn so feige... ...sein? Also wieder weg hoch. Gib mir mal eine neue, danke. Kriegst du es hin? Nee, ist schon wieder weg. Naja, krieg ich nicht. Ah, jetzt übertreibt er aber mit dem Teleportieren, ey. Ja. Schon die ganze Zeit. Geht mir sein Geport auf den Döns. Soll der größte Krieger der Menschen sein. Ach komm, halten Babs. Ja. Ja. Uuuuh, Spratze. Wir müssen hier raus. Wuppel, Wuppel. Es down. Na, endlich. Leute. Sausi, mach's sich vermackern. Sausi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs dazuschalten. Sausi, bis Freutag spätestens. Ach, Freutag ist bei euch wieder DVD, oder? Äh, nee, Demonoglist. Demonogist. Demonogist? Ja. In der Test. Spring, kusch ins Kühle-Nass-Platt. Jump. Jump, Jump. Jo, tschau, tschau. Jo, tschau, tschau. Uuuh. Ich die Bär. Aber sie sind willkommen, darin. Mhm. Tschüss, Chief. Tschüss. Blub, 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 blub. Bum. Abgesoffen. Du musst mein Blas noch nicht auf dem Spiel spielen. Untertitelung des ZDF, 2020